Willkommen zu FIFA 20 Mobile Es kam Sonntag nicht raus Sonntag hatte EA 8 Tage verschlafen Vom Dezember Es kam Montag nicht raus Da hatte EA 9 Tage verschlafen Heute ist Dienstag Heute hat EA mittlerweile 10 Tage verschlafen Aber wir sind ein bisschen schlauer Bam Ich blende euch hier mal den Tweet ein Von FIFA Mobile, von Twitter EA hat getwittert Das Football Freeze Event wird kommen Aber wann genau Stand da jetzt nicht Da stand bloß diese Woche Es kann natürlich sein, dass es heute rauskommt Es kann sein, dass es erst Freitag rauskommt Ich bin ein bisschen beruhigt, muss ich sagen Es kommt wenigstens das Football Freeze Event raus Aber Ich hoffe EA Ich bete Ich bete wirklich Ich bete an den Electronic Arts God Bitte macht daraus ein geiles Weihnachtsevent Bitte Bitte, bitte, bitte Und nicht nur wieder versus Angriff oder sowas Bitte macht ein geiles Event daraus Mit irgendwelchen Kälte-Hitzepunkten Wie letztes Jahr Das war geil Das war mal geil Aber Wir hoffen Wir hoffen, Leute Daumen drücken Daumen drücken Daumen drücken Daumen drücken Mein Ziel für heute ist es Irgendwie noch an Skillboost-Karten ranzukommen Weil es fehlt mir eine Skillboost-Karte für lange Pässe Und drei für ausgewogen Das heißt, ich muss hier kurz die Aufgaben machen Die ich schon gemacht habe Aber mir fehlen noch 20 Punkte Und das heißt, ich mache mal kurz Drei versus Angriff-Spiele Oder zwei Und dann habe ich 15 Tore gemacht Das reicht ja auch aus Auf jeden Fall spiele ich versus Angriff Das haben wir ja in letzter Zeit nicht so häufig gemacht Außerdem gibt es kein anderes Event Was ich jetzt hier heute zocken könnte Übrigens, ich habe heute auch noch ein Pass-Mobile-Video aufgenommen Das werde ich morgen für euch raushauen Morgen gibt es dann Auch unter der Woche Endlich mal ein Pass-Mobile-Video Weil ihr euch es gewünscht habt Und es gab da Special Packs Oh yeah 99er Gegner 170 Chemistry Und er schickt mir direkt hier Und er spammt mich zu Er spammt mich zu Und ich lache ihn einfach aus Okay, schauen wir mal Ich glaube nicht, dass es hier einfach wird Der hat drei Gesamtbewertungen schlechter als ich Ja Aber es ist jetzt kein großer Unterschied, sage ich mal Timo Werner Sehr gut 1 zu 0 Schieße ich rauf Nein, nein, doch Nein, ja Oh, ein Glück Da hätte ich mich geärgert, hätte Werner das Ding nicht reingemacht Hakimi 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 Schönes Törchen 3 zu 1 3 zu 1 Hakimi Gönn, gönn, renn, 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 renn An den Pfosten Und Werner steht da Werner steht ganz genau da Wo ein Stürmer stehen muss Überragend, Timo Timo, Werner Serge Gnabry, bitte Hau ihn Ja, nein, ja, komm Jawohl Und Werner steht wieder Perfekt, Mann Timo, Werner Bester Mann 6 zu 2 Serge Gnabry Faust in die Facecam Das erste Spiel Läuft sehr, sehr gut Ich glaube, wenn ich hier mal aktiv spielen würde Versus Angriff Wenn wir in jeder Folge wirklich 2, 3, 4 Spiele machen würden Versus Angriff Meistens haben wir auch andere Sachen zu tun Team Upgrade Andere Events, die wir zocken Aber zur Zeit kann man halt nur So für mich Also Champions League, ja Kann man auch zocken Aber da ist man ja in 5 Minuten durch Ich spiele halt jeden Tag die Skillspiele Und das macht man einmal am Tag Und nach 5 Minuten ist man wirklich durch mit dem Event Dann muss man nichts weitermachen So geht's mir da Ähm, ja Dann würden wir glaube ich auch auf 1,1 Millionen Fans kommen Und durch 1 Mit den 1,1 Millionen Fans Kriegen wir dann auch wieder Ich glaube ein paar Millionen Münzen, ne Gucken wir gleich mal bei den Belohnungen nach Das könnten wir auch in den nächsten Tagen mal in Angriff nehmen Schauen wir mal ganz kurz Ja, auf jeden Fall erstes Spiel Direkt gewonnen Das ist natürlich wunderbar, Ski Äh, wenn ich hier jetzt raufklicke Ne, das nicht Das nicht, das nicht Hier muss ich raufklicken Richtig? Richtig 1,1 Millionen Ich könnte zu FIFA Masters rein switchen Und da würde ich 1,2 Millionen Münzen 60.000 Erfahrungspunkte Und 1200 Gem-Punkte bekommen Und so schwierig ist es jetzt nicht, finde ich Mit meinem 102er Team Sollte es eigentlich möglich sein Vielleicht sogar heute 103 Vielleicht Mit den Skillboost-Karten Ich brauche Skillboost-Karten Ich brauche Ich brauche verdammte Skillboost-Karten Let's go Wir gehen rein ins zweite Spiel Und der Gegner hat Ein 101er Team Auch mit Timo Werner Oh, mit Boyard da hinten drin Ehrenmann Und Petit als Alken habe ich da auch gesehen Also ein starkes Team Hier der Super Frank Okay Das wird interessant Ich habe sogar Minimal die schlechteren Chancen So wie ich das gesehen habe What? Wieso das denn? Ich habe 102, 301 Ich gebe sowieso mein Bestes Also ich versuche mein Bestes zu geben Und das war richtig stark von Hakimi Natürlich nicht Komm Werner Komm Werner, Werner, Werner Und der Keeper ist dran Kastels Und er macht das mit Werner Und Maya macht ihn auch nicht Oh, das Spiel Das Spiel fängt schon wieder so schlecht an Im Spiel davor hatten wir jetzt schon Zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir im Spiel davor 4 Tore Jetzt habe ich 0 Da könnt ihr mal sehen Jedes Spiel in FIFA Mobile ist einfach anders So, ab in die Mitte Da wollte ich eigentlich gar nicht hin Da wollte ich eigentlich gar nicht hin Aber Serge Gnabry macht es trotzdem stark Und Sabitzer Und Marcel Sabitzer Zweites Tor 2 zu 3 Und nach unten Und nach unten Serge Gnabry, bitte mach ihn Nein, doch Hakimi steht da 3, 4 Noch habe ich nicht verloren, Leute Noch habe ich hier nicht verloren Serge Gnabry, 4 4 4 wollte ich eigentlich sagen In dem gleichen Augenblick Macht der Gegner das Tor Ecke Die Ecke muss ich reinhauen Ansonsten verliere ich das Spiel Ich verliere das Spiel Ne, 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 ne Ach man ey Und gerade sage ich auch noch Es ist eigentlich nicht so schwer In FIFA Masters zu kommen Und jetzt verliere ich das nächste Spiel Absolut Karma, schille Leute Absolut Karma kassiert 6, 7 Komm, eine Chance noch Und er schießt drauf Ich wollte nicht schießen, Leute Das glaubt mir sowieso wieder keiner Dass ich nicht schießen wollte Hätte ich ein Tor gemacht Hätte ich sogar 7, 7 spielen können Jetzt verliere ich an Fans Belastend Aber wir kriegen Oh, wir können jetzt die Skillboost Karten holen Sehr gut Weil ich kriege ja durch dieses 100er Pack noch Skillboost Karten Und hier auch noch Ausgewogen 1 Komm, bitte Ich weiß nicht, ob da jetzt das Richtige dabei war Ich glaube Na, es ist nicht das Richtige dabei Ausgewogen fehlen mir 2 Karten Lange Pässe fehlen mir Fehlt mir eine Karte Und Stopper fehlen mir 4 Karten Aggressivität fehlen mir 11 Karten What? Was soll das? Junge Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Ja, okay, dann Spielen wir versus Angriff Dann wird es heute wohl nix mit Den nächsten Skillboost Karten Und mit der 103er Gesamtbewertung Dann müssen wir uns die Für die nächsten folgen Aufbewahren Es sei denn, ich kriege hier Was ist in diesem Tagesbonus Pack drin? Was ist in diesem Tagesbonus Pack drin? Ich weiß es nicht Dann müssen wir auch gleich mal Gucken Vielleicht sind da noch Skillboost Karten drin Das heißt, ich würde So lange spielen, bis wir heute noch 2 Siege bekommen Weil dann würde ich dieses Pack bekommen Dann muss ich gleich direkt hier nach diesem Spiel Nach diesem Sieg hoffentlich Nachgucken 101er Gegner 167 Chemistry Wenn der jetzt mehr und bessere Chancen hat Dann ist es frech Ne, der hat 20% tolle Chancen Ach ne, okay, ne Der hat sogar schlechtere Ich glaube, das war im Spiel davor auch so Habe ich mich verguckt Habe ich mich verguckt Übrigens Glaube ich, gestern war das, ne Mit dem Fail mit Thibaut Courtois Ich meine natürlich, dass Thibaut Courtois bei Real Madrid spielt Ähm, und man brauchte für die Zidane Challenge Oder man braucht halt ein Real Madrid Team Ich war irgendwie noch im Gedanklich war ich immer noch da Dass Courtois bei Chelsea spielt Gedanklich Ich weiß, das war dumm von mir Äh, ja Das habt ihr mir natürlich zahlreich unten reingeschrieben In die Kommentare Hä, Premier League, Courtois, was ist los bei dir? Ja, habe ich dann im Nachhinein auch gescheckt Manchmal hat man so Ein paar komische Minuten So 5 zu 3 Und guck mal Ich habe jetzt schon wieder fast so viele Tore wie im Spiel davor Und was war das für ein Pass, Arnemeier? Arnemeier, dich sollte man abstoßen Für diesen Schmutzpass Ohne Witz Das war so lächerlich 6 zu 4 Ab und aus Ab und aus Tolle Chance Werner, 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 Werner 7 zu 5 Faust in die Facecam Serge Gnabry Komm, komm, komm Gönn Gönn, gönn, gönn Nein Werner, nein Sabitzer, nein Ja Nein, der geht vorbei Oh mein Gott, das wird spannend Das wird spannend 7, 7, Werner Werner, 8, 7 Tolle Chance Gönnt EA gönnt EA gönnt EA gönnt EA gönnt 9 zu 7 Und das soll doch der Muss der Sieg sein Und ich glaube, das ist auch der Sieg Wichtig Ganz, 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 ganz wichtig Und nochmal ein schönes Finesstörchen Hier von Serge Gnabry 10 zu 7 Gewinnen wir das Spiel Und jetzt bin ich echt gespannt Hier, ob wir Was ist das hier? Ach ne, man kriegt nur Skillboostkarten und Münzen Was habe ich jetzt hier oben noch? Hier kriegen wir 5 Skillboostkarten Oh Aber nicht die richtige dabei Aggressivität ist dabei Ja, aber nicht die richtige Wir können noch 3 Skillspiele machen Komm, wir machen mal noch 3 Skillspiele Im Champions League Event Weil dann kriegen wir auch nochmal Ich hoffe Ne, ich habe noch nicht gespielt 21 Punkte Wenn wir hier ganz kurz mal 3 Skillspiele machen Kriege ich da auch nochmal 5 Skillboostkarten Und vielleicht sind da die richtigen dabei Es wäre nämlich richtig geil Wenn wir heute noch die 103er Gesamtbewertung knacken In der Folge Hakimi Bam An den Pfosten und rein Rein da Dingen Und das Ganze machen wir jetzt noch 2 Mal Hakimi Zack Mich ärgert es immer noch Dass man hier Gerade bei solchen Skillspielen Nicht die Schützen wählen kann Wieso kann ich im Vorfeld nicht entscheiden Wer das ganze Skillspiel spielen soll Oder bei Börses Angriff spielen Wer soll die Ecke machen Wer soll den Freistuh schießen Das kann man alles nicht Auswählen Und das ist doch jetzt keine große Arbeit Die EA da noch einpflegen könnte In das ganze Spiel Finde ich Ich denke mal Euch geht es genauso Klar es ist jetzt keine großartige Geile Verbesserung Aber so eine minimal Ein Hauch Ein Hauch Kleine Verbesserung Sag ich mal Wäre es auf jeden Fall So Fahrtaugen Bam 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 Ich habe bei dem Champions League Event Auch schon geguckt Ob ich da irgendwie Skillboostkarten bekomme Die nächsten Belohnungen Sind aber erstmal keine Ich glaube das nächste Sind Schemminsieg Punkte So Schusskraft Stopper Manntheckung Ich glaube da war nichts dabei Ne Okay Jetzt wissen wir auf jeden Fall Final Dass wir heute Die 103er Gesamtbewertung Nicht knacken Dann aber in den nächsten Folgen Auf jeden Fall Wenn wir da wieder ein paar Skillboostkarten bekommen Dann werden wir safe Die 103er Gesamtbewertung haben Vielleicht schaffe ich ja bis Weihnachten Die 105er Gesamtbewertung Das wäre richtig geil Kommt drauf an Wie geil das Football Freeze Event wird Ich hoffe dass es geil wird Ich bedanke mich Haut rein Und Tschüssi